Hallo zusammen, grüße Collin miteinander! Herzlich willkommen bei Hörbegrillt! Heute wieder mal nicht gegrillt, nein! Heute möchte ich mich bei euch bedanken für 2.500 Abonnenten, ein Wahnsinn! Hätte ich nie gerechnet am Anfang, dass das mal so viel werden. 500 war mein Ziel, dann 1.000, jetzt sind wir bei 2.500 und ich werde weitermachen. Ich hoffe ihr unterstützt mich wieder so nett mit euren Kommentaren und euren Likes. Das ist wirklich ein Wahnsinn! Es wird sich ein bisschen was Neues geben, wie es hier wieder einfachere Sachen machen, also zum Beispiel Flachgrillen, einfach einmal eine Kotelette oder eine Bratwurst oder was. Das sind halt Klassiker, die was einfach auch einmal gezeigt werden müssen. Es muss nicht immer irgendwas Kompliziertes sein oder was stundenlang am Smoker ist. Das sind auch super Sachen, aber ich sage immer Back to the Roots. Das gehört auch einfach dazu. So haben wir alle angefangen zu grillen. Ich darf mich für euch verabschieden. Danke noch einmal für eure Treue. Tschüss Papa und fiert euch bis zum nächsten Mal!